Die Message meiner gesamten Arbeit ist eigentlich, Inspiration zu vermitteln, ein positives Lebensgefühl zu vermitteln, auch wenn man mal schlechte Tage hat, das gehört dazu, aber aus diesen schlechten Tagen auch wieder neue Hoffnung zu schöpfen. Die Idee oder die Intention hinter dem Container ist in den letzten Wochen geboren, sage ich mal. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Lagerplatz hier in Münster und habe dann bei eBay Kleinanzeigen geschaut, habe dann zufälligerweise diesen Container gefunden und war halt auch direkt Feuer und Flamme, weil ich eigentlich schon immer einen Container haben wollte und war direkt verliebt in dieses Stück Metall, sage ich mal. Sich einfach inspirieren lassen und einfach hier eine gute Zeit haben, ein bisschen quatschen, lachen, das Leben genießen, einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen und das ist, glaube ich, mehr oder weniger die Intention dahinter. Dafür steht der Container, Inspiration, weitermachen. Gul hemos, espirEC zu fahren, weitermachen. Bis zum nächsten Mal, lass unsulum mögen. Bis zum nächsten Mal, lass uns знаем. Bis zum nächsten Mal, lass unsンダホ das invisible. geekskalpp grat tidy �� Don't let me Don't let me